Yo, liebe Freunde, was geht's? Oh, ich bin immer noch mega krank. Und ich bin auch mal wieder in einem ApeCrimTV-Video, was geht's? Genau, wir werden gerade angebellt. Ja, liebe Freunde, ich bin ultra krank. Ja, ich würde mich auch noch anstecken. Wir haben gerade, keine Ahnung, wie viel Uhr ist es denn? Acht oder so? Ja, ich glaube drei Stunden. Nee, wir haben mittlerweile jetzt acht, denn wir haben drei Stunden Smash gespielt. Ja, wir haben so ein paar Smash gespielt, aber ich kann überhaupt nichts mehr. Ich bin einfach, einfach tot, liebe Freunde. Und wir haben bemerkt, yo, wir haben Sauhuch. Boah, dieses Husten bringt mich um, Alter. Ich hab Sauhunger und Viktor auch. Genau, in unserem Schlafmhythmus ist es so, dass null Uhr quasi Mittagsessen angesagt ist. Ja, davor haben wir auch die ganze Zeit noch geworkt für das neue Songs in Real Life. Und wir versuchen ja jetzt... Oh, hier steht wieder mal Akku aufladen. Dieser scheiß Akku von dieser Kamera. Ja, auf jeden Fall probieren wir ja jetzt fast jeden Tag ein Apecrime-TV-Video zu machen. Alright. So, ich werde auch filmen wieder zu sehen sein. Und, äh, Viktor versucht ja jetzt auch Blavlog wieder zu beleben. Hast du ja auch gemacht. Ja, genau. Ja, also ich bin ja sehr aktiv. So ein Video im Monat ist schon drin. Ja, ist doch geil, ne? Ne, ne, einmal die Woche. Mindestens. Also es kann sein, dass auch hier wieder mehr Videos kommen. Aber mal schauen. Alter, wenn ich lache, das tut so richtig weh durch diesen Husten. Ja. Hab ich so ultra die, äh, Muskelkater. Und das tut richtig weh. Bei Brawl, bei Brawl hab ich Shengis vorhin die ganze Zeit zum Lachen gebracht. Und er ist wirklich wuchstäblich fast gestorben. Also wirklich. Ja, und dann spielen wir da. Und dann mein Charakter bleibt so stehen. Weil das tut so unendlich weh. Und ich kann dann einfach nicht weiterspielen. Oh, ja. Hä? Richtig krass, ey. Oh, shit. Ja, es geht. Ich guck so nach unten und seh, da so diese Harte. Und denk, das ist ein Kondom oder so. Oh, shit. Ist gerade echt dunkel. Ja. Wir gehen gerade was zu essen kaufen. Um 0 Uhr. Ich hab, äh, ich bin zugepumpt mit Medikamenten. Irgendwelchen Antibiotika. Jan, äh, liegt tot im Bett. Äh. Ja, Viktor geht's gut. Ja, Viktor geht's gut. Ich habe das Gefühl, dass Shengis mich auch noch anstecken wird. Weil ich hab Polen die ganze Zeit genießt. Sagt mir so, shit. Ja. Ich muss noch ein Video drehen. Tja, das wird gefährlich. Ja. Ich hab lebt gefährdet, Sheng. Hey. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall was zu essen kaufen, liebe Freunde. Bis gleich. Wir waren jetzt bei der Tankstelle. und irren noch kurz umher und suchen eine andere Futterstelle, glaube ich, noch. Genau. Mittlerweile haben wir halb eins. Ja. Ich hatte ein Bifi-Product-Placement. Ohohohoho. Ja, genau. Und ich hatte nur Vitamin-Water, weil ich brauche ja ganz viele Vitamine, weil ich krank bin. Ha, 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 ha. Im Kopf. Äh, ha, und. Ja, liebe Freunde, schreibt mal rein, was ihr so macht um diese Uhrzeit. Schlafen schreibt 90%. Ja, wahrscheinlich. Aber, ja, vielleicht ist ja was Interessantes dabei, was man selbst so machen könnte. Ansonsten, glaube ich, sehen wir uns entweder auf unserem Kanal oder auf Blabbrook. Bis dann. Ciao. Ciao.